Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Giovanni Zarella, 44, wird auf der Bühne von seinen Emotionen übermannt. Gestern wurde in Köln in einer glamourösen Gala der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Unter anderem dürfte Kathy Hummels, 34, als Moderatorin von Kampf der Reality-Stars die Trophäe für die beste Unterhaltungssendung entgegennehmen und widmete sie ihrem Sohn Ludwig, 4. Giovanni wurde als bester Moderator ausgezeichnet und konnte seine Tränen gar nicht mehr zurückhalten. Okay, das ist krass, war Giovannis erster Kommentar, als er als Sieger verkündet wurde. Dann setzte er zu einer Dankesrede für seine Frau Jana Ina, 45, an und sorgte damit für einen emotionalen Höhepunkt des Abends. Schatz, du weißt genau, die letzten Jahre, sie waren nie. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.